So, ich bin's wieder, der Endfighter und der liebe Herr Jakob oder Herr Grantelbart, was ein bisschen Nachmache ist. Ja, hi, ich wusste, tut mir leid für die Leute, die denken, ich würde den faken, aber ich hab den gar nicht gekannt an den Typen. Ja, der Jakob guckt halt gerne Kinderserien und da kennt ihr vielleicht diesen bösen Bruder oder Cousin vom Weihnachtsmann, oder Nikolaus, der heißt der gerade. Ja genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich den Namen her hab. So, die Agro-Version vom Nikolaus oder Weihnachtsmann. Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt weiß ich's wieder, da freu ich mich doch. Fährst du mit dem Auto weg? Ja. Bist du ins Auto eingestiegen? Ja, ich fahr jetzt auch weg. Okay, dann lauf ich schon mal. Ich bin im Rage-Modus, ich kann dich sehen. Meine AKM wird dich niederlegen. Sie haut dich weg. Full random. Full random. No scope kill. Ja, ich bin der Bill. Und Tokio Hotel. Oh mein Gott, ich bin gay. Wow. Und heute mache ich mir Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Spinat. Wake up to the new age. Das ist echt so, was und fertig ist. Ja. Der Mad Mixer gefunden. Da freut sich doch jeder drüber. Na, immer doch. Ja, aber sicher. Wo ist denn los, der Mad Mixer? Da, das kann doch nicht wahr sein. Die alle zum Beschlagen mich beim ersten Hit gleich blutig. Wer läuft bei denen? Hi. Ah, Elektro. Ich bin ein Zombie und ich renn weg. Noch ein Hit und ich bin tot. Ja, ja, ich spiel Daisy. Ich spiel Daisy. Ich, ich, ich spiel Daisy. Wind clean glass bitch. Alter, ich werde mal voll der, ich werde mal voll der Sänger, ey. Nee. Aber sicher, ey. So, so, dann werde ich, dann gehe ich dann zum Dieter Bohlen, ey. Dann hau ich mir ordentlich auf den Tisch. Leute, wie hier auf jeden einzelnen Loot, äh, ein Zombie steht. Echt? Ja. Ja, wahr. Jeden Ding. Walla palama. Walla palama. Nee, wir haben ja jetzt soweit eigentlich alles, oder was, was suchen wir noch? Keine Ahnung, was wir noch suchen. Können nirgends wieder weg. Ja, dann fangen wir erstmal zum Belage. Jo. Lauf nochmal durch. Ja, nice. Nochmal zweimal Stunner gefunden. Geil. Ja, nice. Läuft bei mir. Mit ner Stunnerwaffe, ja. Ich bin der Meister, nein. Und ich kann nicht singen. Ich kann nicht singen, ich, ich kann nicht singen, ich bin der Meister, gleich nochmal ne Pepsi, gleich nochmal ne Pepsi, ja, 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 so da kenn, ja, 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 so da kenn, ja, 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 so da kenn, ja, 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 so da kenn, ich bin der Meister. Halt doch mal deine blöde Fresse. Gleich mal zehn Daumen runter dafür. Mindestens. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Abflug. Ja, ich laufe noch durch, äh, Feuerwachen. Wollen wir noch mal ne DMR. Alter, die haben sich schon auch gedisst. Die haben sich schon auch gedisst. DMR? Alter, wir haben ne DMR gefunden. Alter, schaut's dir an. Die geilste DMR. Soll ich fahren, ja, ne? Ja, Moment, ich lade noch zu, ich hab... Das kann ja nicht wahr sein, jetzt hab ich mir der Scheiß-Zombie schon wieder blut, ich kann auch nicht regeln. Läuft bei dir. Ich krieg jetzt gleich alle ne Packung von meiner Scheiß AKM in den Kopf. Äh, wir haben schon genug Glas für... Zwei Helis. Das ist nochmal Fuel 10-Parts. Das kann ich gleich ein SUV einbauen. Danke, Zombie. Ich baue einmal Scrap Metal. Ich baue euch ran. Was ich brauche, ist ein Bloodpack, Bitch. Bloodpack, Bitch, Bitch, Bloodpack, Bitch. Bitch, please. Bloodpack, Bitch. Irgendwas passt mit mir nicht, Jakob. Warum? Ich brauche professionelle Hilfe. Da liegen nochmal Engine-Parts. Können die Zombies mich mal bitte in Ruhe lassen? Äh, nein. Nein. Nochmal Engine-Parts gefunden. Das kann doch nicht wahr sein! Behinderten-Scheiß-Zombies. Ja, läuft bei uns. Du musst mir mal ein Bloodpack drücken. Ja, mach ich dann schon. Ich kill die jetzt alle. Behinderten-Wichser. Da ballert hier jemand mit einem... Mit einer 1911. Was habt ihr davon, ihr Hurenzöhne? Boah, jetzt wird aber... Jetzt wird aber horny hier, ey. Das wäre wild. So, Han, Express. So, Han, Express. Jakob, musst du mich Bloodpacket geben? Wo bist du? Ich bin oben in der Stadt. Was? Bist du oben in der Stadt? Kannst du nicht sagen das? Allah. Hab ich doch gesagt. Ich hab gedacht, du bist hier unten, Allah. Bala Palama. Ich hab ihm gesagt, ich lauf oben durch Feuerwache. Besser zuhören. So, dann hoffen wir mal, dass das auch die richtige Entscheidung war hier. Ja, aber sicher. Bala Palama, Madame. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. Ich bin der Meister. Da fährt jemand mit einem SUV rum. Mit einem SUV rum. Mit einem SUV rum. Ich finde das Lied einfach Hammer. Weil man es so geil parodieren kann. Parodieren kann. Paro, parodieren kann. Läuft bei dir. Läuft bei mir, mir. Hör, du Kranker. Du fährst da mitten durch, durch. Dorf. Wenn da in der gute Waffe liegt, ist es meine. Bist du schon in der Feuerwache drin? Nein. Du hast mich eiskalt überholt. Ist noch nichts gespawnt. Nicht? Bist schuld. Ich bin schuld. Ey, was ist denn das für eine Waffe? M240 Vehicle. Okay, ist noch nichts gespawnt. Komm, wir gehen zum Lager. Let's hau ab. So. So, wo ist unser Lager? Ich vergesse mal, wo das ist. Warte. Aber einfach, 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 einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Dann haben wir die Straße bei... Ne, ich fahr so. ...Bito Wies Richtung Bralibor fahren und fertig. Das ist die hier, ja, ne? Mhm. Eigentlich müssten wir den Heli schon ganz bekommen. Ja, ja, no. Lille läuft bei uns. Da steht er noch, ey. Da steht ein Motorrad. Bleibber stehen. Ist scheißegal. Ja, dann fahr. Was willst du mit dem Motorrad, Mann, ey? Ja, es ist voll mobil, so ein Motorrad. Ja, ich... Ich hab dir gleich mobil, ey. Und? Wer steht noch da? Jo. Können wir jetzt schon reparieren? Haben wir Mainrooter? Können eigentlich fast alles reparieren, ja. Bis auf dem Mainrooter. Bleib hier und reparieren es so weit, wie es geht. Und du gehst zum Lager und holst den Mainrooter. Nein, 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 wir fahren zusammen. Stell mal vor, ich werd gegillt. Und dann haben wir ein SUV verloren. Nur weil du nicht zweimal fahren willst. Wir könnten es doch so machen, wir holen jetzt einen Mainrooter und fahren dann erst hierhin. Ich hab ja schon irgendwas ins Gear reingetan. Guck mal, ob da vielleicht eine Big Charity-Can drin ist. Ich soll gucken? Ach, du gehst in die Scheune. Was reparierst du jetzt? Ja, halt Glas, Motor und... ...Ecrotor. Aber Mainrooter brauchen wir doch gar nicht, oder? Eigentlich nicht, deswegen könnten wir es ja schon fertig machen. Ich tue mal... Ich brauch doch noch eine Big Cherry-Can oder so. Das einzigste Problem, glaube ich, ist der Sprit. Oh, ich da ist eine Big Cherry-Can drin, ich hab ja eine gefunden. Nein, dann machen wir das jetzt schon mal fertig. Ich tue mal ein Genial. Kannst du mir mal ein Bloodbag drücken, bitte? Ja, ich mach mal das Glas. Danke. Das ist doch das Schönste, in Daisy. Wenn wir kein Bloodbag hatten, dann... ...ein Bloodbag auftut. Aber Engine dürft man hier rausbauen, ne? Ja, ja. Das behindert bei Helikoptern. Wir könnten höchstens die Avionics rausbauen. Und Sprit abzappeln. Das ist so, wie man es halt bei Normal, das sie auch gemacht haben. Ja. Ja? Warum bist du schon da? Ja. Ja, weil ich... Weil ich nicht mit ein... War nichts, dass ich nicht komm. Warum bist du schon da? Das ist ein Pier, nun mal. Big Cherry-Can ist im Heli. Weißt du, wie lange ich hier drüben li- Weißt du, wie lange ich hier drüben li- Einer, ich hab... Big Cherry-Can ist schon drin. Ups. Jakob? Jakob? Vielen Dank. Hey, das kann sein, dass es bei Novi Dwar... Tschernoverhaven. Jakob, kannst du noch sprechen? Okay, Jakob hat sich gemutet. Äh, ja. Kannst du widersprechen? Läuft bei mir. Ähm, sagen jetzt eher schlecht. Warum kann ich nicht refuelen? Läuft bei mir. 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 Ah, hier! Auf den Tank gucken, oder was? Ging's plötzlich bei mir. Ne, Leute, ich kann jetzt auch nicht. Hast du jetzt nicht mit der Big Hurricane aufgefüllt? Ne, mit den zwei kleinen, aber da hat sich gar nichts getan. Ich muss schon mal die Big Hurricane reinlegen, macht immer. Bist du drin? Warte, jetzt hab ich viel, viel Braga gehabt. Hat's gut. Und jetzt, Britsch. Echt? Ja. Dann brauchen wir einen Main-Rotor, oder was? Die ganze Hülle ist doch repariert. Die ist gelb, aber wir haben noch alles gemacht. Keine Option mehr, noch irgendwas zu reparieren, außer den Main-Rotor. Boah, das ist so verbuggt mittlerweile. Ja, ist jetzt komplett leer wieder. TF. Ja, dann fahren wir mal zum Lager schnell. Ja. Was würdest du machen, wenn dir jetzt ein anderes Auto entgegenkommt? Ich würde mich quer über die Straße stellen, aussteigen. Und drauf spähen. Muss aber mal eiskalt dagegen fahren. Ja, mit voller Engine gerne, aber unsere Engine ist bei 60%. Hier ist es ein.